Von Lolls, den uralten Junkasaurier-Bergkönig oder so heißt der, glaube ich, oder? Wie heißt der? Oh, gefrästiger Junkasaurier-Bergkönig, mein Fehler. Servus. Das war irgendwas mit den Granaten. Man muss gleich irgendwie Granaten, bevor er sie fressen kann, anzünden oder so. Die Flammengranaten mit Pyro-Kraft entzünden, bevor der gefrästige Bergkönig sie verschlingt. Ja gut, das war bei mir tatsächlich schwierig. Ah ja. Tja, kennt ihr das, wenn man zu heißes Essen isst? Zum Beispiel so eine heiße Pizza aus dem Ofen? Genau das Gefühl hat der wahrscheinlich gerade. Kongamato heißt der. Das ist ein nicer Name, actually. Aua. Actually ein nicer Name. Der muss auch viel leben. Der muss irgendwas bei mir und Leben haben oder so. Ganz schön viel. Mir fällt gerade auf, ähm... Sodass aber großartig. Dann ist ein habe förut. Da machen die Infos. Es decir, da miał ich iets brauchen. Schrauben von Kirchen. Bis zum Beispiel. Bei mir laut. 昨her Kесler zu kommen. Es geht um jeder, bitte. Ja liebe mich immer offen. Für mich. Es geht umassociations. Schrauben vor laser. Dä thumbs. Untertitelung des ZDF, 2020